Hallöchen zusammen, willkommen bei Baldur's Gate zu einer weiteren Folge bei TUNE FANTASY. Wir sind ja auf dem Friedhof unterwegs, ja, und wir haben ja entschieden, dass wir uns heute mal ein kleines bisschen hier in diesem Heilhaus umsehen wollen. Diese Tür ist verschlossen. Können wir doch vielleicht so reinkommen. Ja, easy. Das ging doch mit TAYUN noch hin. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Okay. Richter der Verdammten. Ein Auszug aus dem Buch, in dem ewigen Morgos die eigenartige theistische Geschichte der Gottwerdung sterblicher beleuchtet. Viele Herren der Toten gab es bereits, die über verlorene Seelen ebenso geurteilt haben wie über gefundene. Zu ihm zählte auch Kalimvor, ein harter Mann von noch härterem Glauben. Als Sterblicher war er ein Söldner mit den stoischen Überzeugungen eines Paladins, die unter einer Kruste aus Grimmigkeit und Grießgrämigkeit verborgen lagen. Als er der Toten war er gezwungen, beide Aspekte seiner Persönlichkeit abzumildern, denn die Impulse eines Sterblichen und die eines Gottes sind nicht zu vereinen. Sterblichen wird eine gewisse Launenhaftigkeit zugestanden, doch die Unsterblichkeit schleift diesen Stein schnell glatt. Und Kalimvor entschied sich für kühle Besonnenheit statt kalter Bosheit. Ja, das klingt erstmal besser. So, da ist nichts drin. Da ist ein Schlüssel, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und ansonsten, was haben wir hier noch? Wasserkaraffe, Weinpokal, können wir verkaufen, Aschaberabend. Chirurgie und Physiologie, Leitfaden des Chariten. Gott. Die Seiten, auf denen der medizinische Text steht, sind sauber und makellos. Die Schrift ist präzise. War also kein Arzt. Aphorismen und Alltagsweisheiten der Chariten begleiten die Darstellung und chirurgischen Anweisungen. Nur Opfer führen zur Meisterschaft. Dies sagte unsere Herren, dies sei euch gesagt, werter Leser. Die Dunkelheit ist unendlich, die Lehren eines Meisters sind es nicht. Ist seine Weisheit erschöpft und seine Schüler sind ausgebildet, kommt die Zeit für eine letzte Prüfung. Er liegt als Versuchsmaterial vor seinen Schülern, wird untersucht und seziert. Die Schwestern werden mich einst kennenlernen, erst ganz dann in Teilen. Erst dann werden sie Meisterin sein. Das klingt ein bisschen makaber. So eine Truhe. Giftmischerhandschuhe. Vergiften, wenn du Giftschaden bewirkst, müssen Ziele ein Konstitutionsresorium bestehen, sonst sind sie vergiftet. Okay. Ist halt auch sehr speziell wieder. Ansonsten Hier fliegen Sachen. Offensichtlich soll hier noch ein Schreibtisch stehen, der aber noch nicht geladen hat. Okay. Was haben wir denn dort? Hallo meine Herrschaften. Was haben wir denn? Das ist eine Ausstellung von Schaar. Versteh, wie der Patient reagiert, wenn ich nur den richtigen Nr. Versteh, seine Komfort. Versteh, die sehr Melodie der Merse. Geh, Frau, zeigen uns die Ausstellung von Ihrer Beneficenz. Versteh! Bleib deine Hand, denn es schlägt, wo es schlägt. Wir können gar nicht die Patient-Siehe von Solace hören. Vielleicht ist es unsere nicht erwartete Zuschauer, die dich schlägt. Geh, steh vor. Du bist keine Freundin, aber das geht gar nicht. Jeder Student ist willkommen. Danke. Ich möchte mal kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob diese Methoden, die er hier anwendet, wirklich so ehrenhaft sind. Ähm... Was hat der Mann Falsches getan, dass er solche Folter verdient? Behold, sisters, the very face of ignorance. One who mistakes tenderness for torture. Go on. Acquaint the face of ignorance with the true object of our studies. Absence. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. A stinging truth. But a truth nonetheless. See? What is the light of eyes, but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence. In darkness, absence. But you. Look, how the sucker of Shah eludes you. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer some. Let us kill you. I mean, that's going to happen in the camp. Marloth Thorn. I feel like I have heard the name. I have heard the name. So, I would say, first of all, what we know about Shah's Lehren. Right? Yes. and then we will see. Okay? Okay. 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 Yes. The sisters blades are bloodied and dull. Only the most measured hand could make a clean incision. **** Ok. Ihre Klingen sind uneben. Für gute Operationen ist Metz Renning erforderlich. Warum üben sie nicht gegenseitig an sich? Ergeben wird er sich mit Sicherheit nicht. Da wird er nur darüber lachen, ehrlich gesagt. Ich bin mal ein bisschen sadistisch. Warum üben sie nicht gegenseitig an sich? Um, wir können es so verbessern. Ja, geil. Da würfel ich mal eine 18 und trotzdem kriege ich es nicht hin. Ja, keine Chance. Okay. Warum muss denn Carla anfangen? Oh Gott. Ich meine, die stehen gerade alle so schön zusammen. Mann, ich dachte, ich könnte da jetzt erstmal so richtig schön reinwämsen. Was mache ich denn jetzt? Durchbohrender Schuss. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal auf Fernkampf gehen. Schwester Vanessa. Schwester Anja. Wen haben wir noch? Schwester Huna. Schwester Geane. Und Marlo Fobb. 276? Holy shit. Also, ja, erstmal müssen wir wahrscheinlich die Schwestern fertig machen. This flesh must be flaked. Thanks to Instruments. Sister? Okay, Gale. So, jetzt gucken wir mal. Nebelschrits. Ähm, verdammt, ich brauche dafür eine kurze Rast. Feuerball. 40%. Ich probiere es trotzdem. Das ergibt sich gerade so schön. Okay, ist da jetzt irgendjemand down? Okay, der Typ ist tot. Naja, gut, okay. Das, äh... Das stört der Patient. Äh, warum ist eigentlich gerade der Cursor so langsam? So. So, ich gehe mal ein Stück zur Seite. Okay, Marlo Form steht direkt vor mir. Das heißt, ich werde erstmal Zeichen des Jägers. Was machen wir denn dann? Stille, Unsichtbarkeit. Verschwimmen. Ich meine, das ist schon nicht ganz ohne... Äh, ein Kampf, der nicht ganz ohne ist. Deswegen, ähm... Wir verschwimmen mal ein bisschen. Ja, toll. Sie war gelähmt. Und wir siegen jetzt hin. Ach, sie ist halt da hoch. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm... Wie können wir das denn... Taubaturgie einschüchtern? Wir lassen dann zehn Flammen aufgehen. Raaserei. Ja, let's go. So, ja, wechseln wir wieder zu Nahkampfangriffen und dann let's go. Ähm... Ergebnis zwölf. Ja, komm, machen wir mal. Ja, komm, machen wir mal. A most excellent choice, Master. Okay, wir haben Konzentrationen verloren, die wir fürs Verschwimmen brauchen. Das ist nicht so gut. Okay, ähm... Ich würde vielleicht mal sagen, wir probieren mal unseren kleinen Elementar. Ähm... Schlamm-Mephieden. Acer. Beschwörer ein Acer von der Ebene des Feuers. Er bewirkt mit dem Kriegshammer sowohl Wuchte als auch Feuerschaden. Kann überhitzen. Eis-Mephieden. Beschwörer zwei Eis-Mephieden aus der NDR-Anke aus. Sie können Eis schlönen, ausatmen. Wenn sie sterben, explodieren sie. Und zwei Schlamm-Mephieden. Sie können Schlamm atmen. Wenn sie sterben, explodieren sie. Okay. So, ich habe einen Acer gerufen. Ansonsten mal hier eine Illusion. Ach, schade. So, ich bin bedrohten. Ah, 25% habe ich halt nur. Mann! Kannst du nicht mal weggehen? Warte mal, wenn ich jetzt vielleicht versuche, mich hier unten mal hinzustellen. Dann bin ich zumindest nicht mehr bedroht. Und ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen aufrüsten. Pfeil der Linderung, Pfeil der Säure. Kann ich nicht Schenkelschuss, Bewegungsradio in 50% verringern? Ach, schade, Schüsse voller Einsatz kann ich gerade nicht machen. Nein! Ja, ich muss ihn auf jeden Fall heilen. Und ich würde auch ganz gerne nochmal was anderes machen, nämlich die Schutzgeister. Warte mal, nekrotisch Heiligenscham. Stufe 3, bitte. Okay, provoziert Gelegenheitsangriff. Mehr kann ich aktuell nicht machen mit ihr. Kritischer Fehlschlag. Ja, die machen schon ein bisschen Damage, ne? Schwester Huna. Spalten. Kampfhaush beenden. Kampfhaush beenden. Ne, wir hauen natürlich voll drauf. Na! Okay, wir können gerade nicht weg. Rasender Heep. So, damit ist sie aber zumindest schon mal down. Sehr gut. Alter, 39 Schaden da. Ja. Ich kann de facto aber gerade noch nichts machen. muss ich erst mit der Jungen was machen. Ich kann zumindest mit der Jungen was machen. So, Schwester Anja ist fast down. Vielleicht haben wir Glück. Jawoll! So, Schwester Geane. Da könnten wir natürlich jetzt Massenheilen, das Wort. Alle Verbündeten in der Nähe. Ja, das können wir gerade mal einsetzen. Okay, er hat bei Gale nicht mehr geholfen. Schade. Ich kann auch im Nahkampf kämpfen, meine Liebe. Komm, Gale, steh mal wieder auf. Komm, Gale. So, kann ich denn irgendwas bei ihm machen, was ihm helfen will? Spiegelbilder. Hm, durchbohrender Schuss, Donnerwoge, Untote vertreiben, Abbild beschwören. Todesschutz. Komm, wir probieren es mal. Okay, wir müssen nah dran stehen. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Aber wir können vielleicht den Todesschutz dann zumindest auf Kabacht setzen. So, was kann er so? Überhitzen. Beschwörung aufgeben. Rückenbrecher, erschütternder Hieb. Bonusaktion, springen. Okay. Schwester Vanessa. Diese scheiß Schreien immer. So, was können wir denn hier spalten? So, durchbohrender Schuss, zerfleischen. Gucken wir auch noch mal. Immun gegen Blutung. Ähm. Ja, komm, den Rasen Hieb kriege ich auch noch mal ab. Wir kommen voran. Haha. So, er kriegt schon wieder Damage. So, wen haben wir denn jetzt gerade? Äh, Gale. Gale ist dran. Nee. Ach nee, wir sind wieder hier bei unserem... Äh. Acer. Haupthandangriff, Haupthandangriff. Äh, Niederstrecken. Hm. Nebelschritt. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir zumindestens erstmal hier uns hier aus der Affäre rausziehen. Einfach mal auf die andere Seite. So, er kämpft hier noch gegen Le Schwester. Habe ich nicht noch irgendein Gift vielleicht in der Hinterhand? Was ich auftragen könnte? Einfaches Gift. Ja, hier sowas zum Beispiel. Sama. Let's finish this. Tote beleben. Schaffe einen untoten Diener aus einem Leichnam. Skelett-Zombie. Dieses Ziel kann nicht wiederbelebt werden. Na toll. Ähm. Wie ist das? Ich genügend Platz. Ach, schade. Ähm. Ja, was machen wir denn nochmal? Untote vertreiben. Spirituelle Waffe. Ich meine, können wir auch nochmal machen? Zweihand-Axt beschwören. So. Schutz vor Geschossen. Feuerpfeil. Heilige Flamme. Göttliche Führung. Resistenz. Ich könnte nochmal ein bisschen segnen. Er hier. Er kriegt einen Segen. Ziel ist zu weit entfernt. Können wir unsere Waffe segnen? Was geht sogar? Okay. Ach, sehr gut. So, Kallach. Ich würde sagen, äh, wir hauen mal wieder voll drauf. Ähm. Was war das denn jetzt? Vollzeit verzögert. Dann wenigstens einmal habe ich ihn getroffen. Okay, unsere Geister sind weg. Wir haben momentan echt Glück, dass er halt zu oft verfehlt, ne? So, ich gehe einfach mal hier drauf. Ja, das könnte auch funktionieren. Okay. Dann schauen wir nochmal. Giftversprühen. Feuerpfeil. Gasförmige Gestalt. Unsichtbares Seen. Äh, Knochenkälte. Vielleicht nutze ich vielleicht erst mal sowas wie einen Heiltrank. Und dann, äh, falsches Leben. Ja. Schlafen. Donnerwoge. Chromatische Kugel. Wenn ich jetzt eine feurige Kugel schieße, ich probiere es einfach mal. Das ist ja wieder fantastisch. Halb hier hinter. So, ich möchte ganz gerne erst mal hier die... Ja. Okay, ich muss mich mal eben teilen. Wir haben ja bestimmt noch Heiltränke dabei. Guck mal. Ich nehme mal einen großen. Und dann, äh... Einfach draufhauen. Oh, Mann! Das gibt's doch nicht. Ich halte mich hier viel zu lange mit dem auf. Das ist ja ätzend. So, Schutzgeister. Ich ruf's hier einfach nochmal. Die machen nämlich auch immer schön Damage. Ich hab jetzt überhaupt keine... ...keine Magie gerade mehr übrig, ne? Scheiße. Schild des Glaubens. Schutz an den Kreatur vor Angriffen. Erhöht ihre Rüstungstasse um 2. Na, ich würd dann lieber heilen. Erstmal mir aufsparen. Apropos kann ich vielleicht gerade sogar mal machen. Auf Karlach. Bäm! Oh Gott, ist die doof. Rennt einfach in die Schutzgeister rein. Sehr geil. So, er wird jetzt von 4 Seiten eingekesselt gerade. Holy shit. Hm. Boah, wer auch drauf. Oh, er hat sie wieder aufstehen lassen. Rettungsruf gelungen. Rettungsruf gelungen. So, wir müssen Schwester Huna erstmal wieder ausschalten. So. Nächste mal wieder schlafen. Bevor du hier irgendwelche Dummheiten machst. Oh, ich probier's mal. Okay, wir treffen unsere Waffe auch. Aber das ist nicht so dramatisch. Feuerfall, Donnerwoge, schlafen. Langsam. Langsam. Zieh auch mal. Verlangsame sie. Die Aktion sind beeinträchtigt. Sie ist außer Sichtweite. Aber wir haben eine Auswahl abschließen. Rettungsruf gelungen. Ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber weg mit dir. Dann ist sie auch erstmal down. Schade. Okay, da wir jetzt von unten angreifen, probier ich doch gerade nochmal eben. Wir klettern schon mal hier hoch, damit wir zumindest auf derselben Ebene sind. Dann gehen wir einfach mal hier hin. Äh, achso, die spirituelle Waffe ist gerade dran. Wir gucken bei dem ganzen Haufen, wer jetzt gerade dran ist von denen. So, meine Schutzgeister sind wieder weg. Schwächender Schlag. Gucken, ob man das, äh, ob ich Erfolg hab. Mentale Erschöpfung. Das hört sich gut an. Ansonsten können wir noch einmal die Heilung ausführen. Ich würde sagen, auf, wie ist es mit Kalach aktuell? Kalach hat 24 Lebenspunkte noch. Wir könnten auch auf Gale gehen. Wobei Gale gerade nicht so wichtig ist. Ich mach mal Carla. Weil die direkt dran stehen. Habe ich getroffen? Aus irgendeinem Grund kriege ich ja viel Damage. Hat 13 Assistenten auf Schwester Wunder gewirkt. Die steht einfach wieder auf. Ich hab doch meinen Zug gar nicht beendet. Jetzt hat die noch einen Lebenspunkt übrig bei. Ah, nee, halt. Warte mal. Kann ich nochmal kurz zurückgehen? Ich würde nämlich ganz gerne nochmal eben das hier einsetzen. Schade. Ich dachte, ich könnte die, äh, Schwester Wunder damit jetzt ausschalten. Ähm. So. Verbrenne. Stirb eines qualvollen Todes. So. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht irgendeinen schönen Pfeil wieder einsetzen kann gerade. Äh. Irgendwas, was logischerweise auch Sinn macht gerade. Ilmata. Verhindert, dass das Ziel Trefferpunkte zurückgewinnt. Dann mal eine Schriftrolle. Schutz vor Energie. Donnerwoge. Kronos Wahnsinns. Fliegen. Sengender Strahl. Falsches Leben. Vielleicht das Droh Gift. Ich probier's mal. Toll. Das gibt's doch nicht, ey. Wie kann man so viel Pech haben? Ja, ich kann so ziemlich kaum was einsetzen noch. Beistand. Heile dich und erhöhe deine Trefferpunkte Maximum und 10. Das ist ja eine Aktion. Plus lange Rast. Ich mein, ich muss eh danach eine lange Rast machen. Auch wenn wir kurze Rasten noch übrig haben. Einfach weil, äh. Meine. Punkte, die ich habe. Also meine Magiepunkte einfach komplett aufgebraucht sind. Rückenbrecher. Okay, ich probier's mal. Natürlich ein Fehlschlag. Bonusaktion habe ich gerade nicht so wirklich. Ich weiß, ich kann ihn nur wegstoßen. Ja, hier komm. Kleinen Heiltrank mal. Das ist, äh, das gibt's doch nicht. Ich brauche deine Hilfe. Er ruft sie auch wieder zurück. Okay, der betrössigt Gelegenheitsangriff. So, jetzt gucken wir mal. Wie kann ich am besten dort hinten hin? kommen mit meinem Angriff. Die steht halt ein bisschen ungünstig. Gleich von hier. Jawoll. So, lobe ich mir das. Okay, Schwung. Ich mach nochmal Zeichen des Jägers. Weil offenbar hat er das nicht mehr. Konzentrierte Explosion. Unsichtbarkeit. Na, das bringt alles nichts. Wir kriegen trotzdem immer nur Fehlschläge, ne? Mann! Wie kann man denn so viel Pech haben? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Aber wenigstens mal eintreffen. Okay, er ist unter 100 Lebenspunkte. To me. Heilige Flamme. 9% Erfolgschance. Er ist ja mal gar nichts. Heimlichkeitsvorteile. Donnerwoge macht keinen Sinn, weil wir hier zusammen um ihn stehen. Erschütternder Hieb. Ah, sehr gut. Er ist benommen. Oh, das könnte jetzt ein super Vorteil gerade sein. 50% Chance, ihn zu treffen. Wir probieren's. Nice. Nice. Oh, das ist gerade super. Okay, da der Durchsrettungswurf funktioniert. Alles drauf. Wir müssen sehen, dass wir ihn besiegen können. Kältestrahl. Okay, 8 Damage. Ich muss sehen, dass ich ihn hier erledige. Na, wir voll. Sehr nice. Ziel ist zu nah. Und geh ich doch einfach ein Stück weg. Und dann machen wir den. Holy shit. So, was haben die denn Schönes? Eine Spritze. Ja, ich weiß, ihr seid alle halb tot. Trepaniergerät. Äh, okay. Ja, ist einfach nur eine Waffe. Das ist der Hohner. Eine Knochensäge. Und was hast du Schönes? Marble Form. Einen Schlüssel. Ramponierte Laute. Eine Laute, die mit den Initialen AC mit Sorgfalt eingraviert sind. Umgang mit Musikinstrumenten umgeübt. Okay, Vorratspaket. Gold. Ein paar... Malchen Biesachen. Chirurg-Ambulette unter Jochung. Lähnender kritischer Treffer. Einmal pro lange Rast keine Träger. Wenn er einen kritischen Treffer gegen einen Humanoiden landet, das Ziel zwei Züge lang lähmen. Und hat einen Schlüssel. Nehmen wir alles mit. Wir sind überladen. Teilbuch. Wecke Art Kalak. Ich gucke mal eben. Huch. Mein Tagebuch. Was haben wir da jetzt Neues bekommen? Wir haben im Haus der Heilung eine Laute mit Artists Initialen gefunden. Vielleicht bringt es ihn wieder zur Besinnung, wenn wir für sie ihn spielen. Okay. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber bis dahin würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Denn wir sind schon wieder ein bisschen drüber. Der Kampf hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Und da werden wir auf jeden Fall mal eine lange Rast einlegen. Holy shit. Sind wir mit Leidenschaft gezogen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zwei-Sein. Macht es gut. Adios Amigos. Und ciao, ciao. 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 웅. Ciao. бл kenель. dagger. petto. tow mnie ci rum crimes. conos. belle Idee. bonne Valide오.